Es sind diejenigen, denen diese Stadt gehört. Genau wie Moskau, Peking und alle anderen Orte von Bedeutung. Es sind diejenigen, die mich hier rausholen werden. Und sobald Rhys seine Arbeiter beißt... Jetzt ist es... Unbreath. Verdammt. Sam? Was ist passiert? Galliard ist tot. Sein Mörder haut gerade ab. Er muss überleben. Vielleicht ist er ein Windeglied zwischen Third Echelon und Megiddo. Ich sehe ihn. Er ist auf der Bühne. Er ist im VIP-Feld untergetaucht. Beeil dich, Sam. Komm her, Pischer. Ich brauche auf dich. Hier, Pischer. Ich bin hier. Er ist über den Zaun. Sam, ihn über der Polizei keine tödlichen Techniken anwenden. Befehl von der Präsidentin. Kein Polizisten-Mörder. Da ist er! Ich brauche nur einen Schuss! Er wartet auf dich. Rauskommen! Sie können nicht fliehen! Bist er... Findest du das witzig? Ich gebe dir gleich was zu lachen. Er wartet schon wieder auf dich, Ben. Hier, Pischer! Ich bin hier! Er ist runtergesprungen. Lauf weiter, geradeaus! Er ist runtergesprungen. Er ist runtergesprungen. Er ist zerrein gelaufen. Befinde, Zerstörung! Er ist geressen! Er ist geressen! Tom! Das muss sofort schnell kommen! Er ist draußen und wieder in Bewegung, Sam. Warum fallen los? Wir finden sie! Was? Hier spricht die Poli... Sam, die Polizei zieht sich aus deinem Abschnitt zurück. Lückende Ahnung, wieso? Ich hör mal in ihren Funkverkehr rein. Alle raus! Ruf auf! Er... er verlässt das Café! Er läuft in Richtung der Allee! Er läuft zum Auto! Wir werden ihn verlieren! Hey, geht es dir gut? Theoretisch ja. Dann kommt jetzt der praktische Teil. Mehrere Third-Ecolon-Einheiten sind auf dem Weg zu dir.